Musik Musik bestimmt mein ganzes Leben schon von Kindesbeinen an. Deswegen ist es für mich unvorstellbar, wie es ist, wenn man nichts hört oder fast nichts. Und genau das möchte ich herausfinden. Und deswegen bin ich mit einer Gruppe von jungen Leuten verabredet, deren Welt still ist. Musik Ein bisschen unsicher fühle ich mich schon. Ich bin froh, dass Maxi hören kann und für mich dolmetschen wird. Sandra hört sehr schlecht. Jennifer und Georgina sind vollkommen gehörlos. Bei den Bierzeltkonzerten von La Bras Banda soll es ziemlich abgehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich frage mich wirklich, wie ist euer Verhältnis zu Musik? Also Musik für mich ist eigentlich hauptsächlich der Bass. Also bei ruhiger Musik hat eigentlich für mich keine Bedeutung. Also für mich ist zum Beispiel Michael Jackson ein sehr großes Vorbild. Ich habe als Kind oft geschaut, dadurch, dass eben der Tanz auch optisch zu sehen ist. Ich mag halt eher so Rockmusik, weil die halt richtig spät, so zu sagen. Warum leben Hörende und Gehörlose eigentlich so aneinander vorbei? Uns trennt ja eigentlich nichts. Es gibt ganz unterschiedliche Arten der Kommunikation. Wie gefällt es euch hier? Super! Partystimmung! Partystimmung? Ja, sehr. Ich würde echt gerne mal wissen, wie das in so einem Alltag ist. Also wir würden dich auch gerne zu uns nach Hause einladen, wenn du mir das zeigen, wie das so unser Lebensalltag aussieht. Darf ich euch besuchen, das würde ich gerne machen. Warum wissen wir eigentlich so wenig über Gehörlose? Es wird echt Zeit, das mal zu ändern. Gehörlose-Bund, Gehörlose-Kultur, eigene Kunstformen, Gehörlose-Theater, Gebärdensprachen-Poesie, Giuseppe Giurana. Na, das sieht ja cool aus. Das habe ich noch nie gesehen. Gebärdensprachen-Poesie, das ist so wie ein Tanz. Und Ulki-Comedy? Es gibt sogar ein Gebärdensprach-Comedy-Festival. Das ist in Berlin und da melde ich mich jetzt einfach mal an. Da fahre ich hin. Es ist ganz einfach, über E-Mail, SMS, Skype oder FaceTime mit Gehörlosen zu kommunizieren. Ich bin jetzt auf jeden Fall zum Comedy-Workshop eingeladen und mache mich auf den Weg in die Kulturbrauerei. Markus sitzt da hinten, ich heiße Malte. Hier, wegen meiner Haare, ne? Schon gut, da habe ich schon einen Spitznamen. Diesmal traue ich mich ohne Dolmetscher. Also jetzt machen wir hier echt Hochleistungssport. Jeder denkt sich eine Sportart aus, geht in die Mitte und stellt die pantomimisch dar. Was heißt denn Gehörlosenkultur? Man gibt sich nicht die Hand, man gibt sich Küsschen. Nee, ihr macht das. Direkt. Ihr seid direkt. Dann frage ich nach ihren drei größten Wünschen. Was wünscht ihr euch als erstes? Alle sollen gebärden Sprache können. Cool. Mehr Untertitel. Ja. Im Kino auch. Ja, Untertitel. Gebärdensprachenpflicht für alle, ne? Das ist euch das Wichtigste. Am nächsten Tag ist es soweit. Ulki, das Gehörlosen-Comedy-Festival, findet zum allerersten Mal statt. Als Sänger und Moderator habe ich einen riesen Respekt davor, sich ausschließlich visuell darzustellen. Ja, irgendwie ist es schon komisch, so ziemlich der Einzige zu sein, der das hier nicht so richtig versteht. So ist es wahrscheinlich meistens andersrum für Gehörlose im Alltag mit Hörenden. Es wird Zeit, die Einladung von Sandra und Jennifer anzunehmen. Die Patchwork-Familie lebt in Moosburg an der Isar. Hallo. Hallo. Und? Ja, zum vorstellen, meine Eltern. Hallo. Hallo Kelly. Ich bin Malte. Hallo Tom. Malte. Hallo Victor. Guck. Hui. Hau dich um vor Freude. Hallo. 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 Also die Kelly, die macht jetzt hier einen Arzttermin aus und hat gerade die Telefonnummer durchgegeben, sozusagen. Und die Dame bei Tess ruft dann in der Praxis an und macht den Termin aus, soweit ich verstehe. Ich rufe aus folgendem Grund an und zwar, wenn Sie einen Informationsabend zum Thema Geburt haben. Das ist ja faszinierend, ne? Jeder erste und jeder dritte Montag, das heißt jetzt am Montag, also nicht, sondern dann in zwei Wochen, richtig? Danke. Tolle Sache. Und so kannst du immer Termine verabreden. Am Nachmittag treffen wir uns in München. Kelly ist im siebten Monat schwanger und hat einen Termin beim Frauenarzt. Ihr geht zum Arzt, immer mit Dolmetscherin? Ja, eigentlich schon. Also die meiste Zeit bin ich beim Arzt mit Dolmetscherin. Hörende halten Gehörlose oft für hilfsbedürftig oder sogar behindert. Das haben die beiden schon bei der Geburt ihres ersten Kindes erlebt. Damals wurde dann Viktor untersucht und die Krankenschwester, die das gemacht hat, war hell aufgegeistert und meinte, ach wunderbar, ihr Kind kann hören. Also es war schon ganz klar auf ihrem Gesicht zu sehen. Und das war für uns beide jetzt als Gehörlose sehr eigenartig. Und gerade für Tom, der in einer komplett gehörlosen Familie aufgewachsen ist. Ich habe das Gefühl, man hat Angst unter Anführungsstrichen vor uns, vor unserer Kultur. Es wird versucht, mittels Cochlea-Implantationen die Gehörlosigkeit auszulöschen, wenn man so möchte. Und wir Gehörlosen müssen uns anpassen an die hörende Welt. Da sieht man das Herz. Der Kopf ist jetzt unten. Mit dem Jungen ist auf jeden Fall alles ganz in Ordnung. Am Abend geht es dann noch weiter an die Uni. Kelly ist Dozentin und unterrichtet Medizinstudenten in Gebärdensprache. Also Kelly ist eine super Lehrerin, finde ich. Und man versteht sie ganz toll, auch wenn man eigentlich die Sprache noch gar nicht kann, so wie ich. Und ein paar Sachen merkt man sich auch ziemlich schnell. Und vieles habe ich natürlich überhaupt nicht verstanden. Also so Gesten, so Oma, das kann ich mir noch vorstellen, aber anderes Gewuschel und Gebärde. Auch Tom darf ich zur Arbeit begleiten. Hast du fürs Autofahren einen besonderen Führerschein? Ganz normal, Führerschein gemacht. Ja? Aber ist das nicht gefährlich, wenn du nichts hörst? Krankenwagen, Hupen, Klingeln. Ich glaube, ich spiegeln. Aha. Ich denke mir. Ja, dann fangen wir an. Tom ist Servicetechniker. In der Gehörlosenwelt hat es sich längst herumgesprochen, dass er zweimal die Woche berät. Achter, siebter, hat sich selber hier eine große Fanbase aufgebaut. Viele Kunden hierher gelockt, selbstständig. Genau. Und jetzt kommen die Kunden aus der ganzen Welt, deutschlandweit zumindest. Hast du schon Autogrammkarten? Nee, noch nicht. Noch nicht. Kannst du planen. Bist du gleichberechtigt im Beruf oder brauchst du viel mehr Power, viel mehr Energie? Aber wenn ich, angenommen, wenn ich nicht gleichberechtig bin, ich habe ja so 26 Jahre bei Telekom, da muss ich zeigen, dass ich kann, bleibe ich bei dem Beruf. Dann hat mich das erste Mal gebracht, was ich mache, weil ich dachte, ich will den Motorrad schenken. Nein, gehöre ich nicht. Aber doch, ich will drei Mal gebracht, ich will der Leute, wo geht, an mich schadet, gegeben. Hallo. Kuckuck. Hallo, Viktor. Gehörlosen werden Kinder oft nicht zugetraut. Der Viktor ist sehr fröhlich und liebevoll. Also, ist ja eh so ein Sonnenschein, aber das haben wir ja von Anfang an, war das ja schon so. Der Viktor hat großes Interesse an Musik. Bei uns kommt ja die Musikpädagogin, da hat sie ein Telefon gehabt und sie sagt, und er meinte dann, er hört. Hat das auf seine Ohren gezeigt, er hört. Er ist wirklich in allen Bereichen altersentsprechend entwickelt. Teilweise sogar noch ein bisschen weiter als vielleicht andere Kinder in seinem Alter. Stößt du manchmal auf Vorurteile von Hörenden gegenüber gehörlosen Eltern? Hast du da schlechte Erfahrungen gesammelt? Also, ich kann mir vorstellen, dass es kommt. Damit muss ich jetzt mal rechnen, dass solche Vorurteile vorhanden sind. Je älter Viktor wird, desto mehr werden auch andere Kinder wahrscheinlich sich irgendwelche Sachen ausdenken, wie sie seine Schwächen sozusagen ausnutzen können. Aber wenn die Menschen, denen wir da begegnen werden, offen sind und tolerant sind, dann werden sie das wahrscheinlich auch schnell für sich verstehen und verinnerlichen. Und wenn sie das nicht sind, dann muss man da wieder kämpfen. Mir gefällt, wie selbstbewusst und souverän Kelly und Tom mit Vorurteilen umgehen. Das ist Tom langweilig bei der Arbeit. Langweilig. Eindeutig. Was hast du denn gemacht? Was ist denn los? Was hast du gemacht, Viktor? Tut dir der Mund weh? Wenn Viktor weint und irgendwo liegt, kannst du es nicht hören. Wie machst du das? Ich schalte. Also bei allen lebenswichtigen Dingen gibt es Blinklicht. Zug. Eisenbahn. Eisenbahn. Oh, die falsche Hose. Noch mal zurück. Wir müssen noch mal zurückgehen. Der Hase? Ja. Also Vorlesen in Gebärdensprache, das finde ich auch mal cool. Und Viktor macht zweisprachig. Warum kannst du Lautsprache? Gezwungen. Gezwungen. Gezwungen? Wo euch? Irgendwie. Wer hat dich gezwungen? Lehrer. Wie alt warst du da? Sechzig Jahre alt. Da war ich in der Klose Schule. Und Lehrer konnte nicht die Berge. Ja. Bin gezwungen, laut zu sprechen. Tat das weh? Ich kenne keine Art der Technik. Tut dir das immer noch weh? Auch heute? Ja. Und der heißt? Wie artig. Tom heißt ja eigentlich Staubi. Zumindest in Bikerkreisen. Jede freie Minute verbringt er auf dem Motorrad. Und stolz ist er vor allem darauf. Er ist Präsident der DEF-Biker Franken. So kann man sogar uns Jungs zum Einkaufen schicken. Oh, das sieht gut aus. Sie können gebärben? Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Wie kommt das? Mein Sohn hat einen Freund in der Schule, dessen Eltern beide gehörnlos sind. Und wir waren immer zusammen am Fußballplatz und ich hab das immer so schade gefunden. Und dann hab ich sie einfach mal immer gefragt, ob sie mir ein bisschen was beidringen kann. Was lernen Sie denn gerade in Gebärdensprache? Vor allem die Verkaufstätigkeiten. Und ich lerne besonders wichtige Wörter von Tom. Bierschinken. Ja, das ist schon mal gut. Bierschinken. Kochschinken. Ah, Kochschinken. Schinken. Ach, das ist hier. Ja, ja. Hier ist der Schinken. Schinken ist da. Das wissen Sie aber schon. Ja, ja. Ja, gut. Was Sie wahrscheinlich nicht so oft brauchen werden hier ist, ist das Vegetarier. Ah. Ne? Echt? Ja, Vegetarier. Hab ich gerade gelernt. Sehr schön. Wiedersehen. 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 Tom hat Geburtstag und mich eingeladen. Welche Gäste kommen heute? Wenig hörende Freunde. Boah, ich habe Gas. Aha. Tom hat keine Hörendenfreunde. Noch mich? Der Erste. Yes. Was fragst du? Wie, ich habe gerade gefragt, warum hier kein Hörenden ist. Also, er ist auch nicht unter Hörenden Gesellschaft immer. Er fühlt sich auch wohl an einer gehörlosen Gesellschaft. Deswegen. Weil ihr alle die gleiche Sprache sprecht. Ja. Habt ihr denn auch schlechte Erfahrungen mit Hörenden gemacht? Ja, zum Glück, ich kann auch einigermaßen sprechen. Ja. Ich höre zwar sehr schlecht, aber reden kann ich ja. Hab ein Kollege gesagt, pass mal auf Kumpel, du kannst Gebärde lernen. Aber ich kann nicht hören lernen. Ja. Ne. Was der, wer sich sagt hat, warum soll sich? Du bist ja nur ein Prozent. Oh, okay. Ja. Grausam, aber wahr. Ja. Da hab ich mir gedacht, Hörenden ist das kein Zeitgebildet als Klose. Aha. Aber wenn ich es öfter sehe, wirklich Hörenden ist auch nicht immer gebildet. Nein, eben. Ich war mal in der U-Bahn, bin dann hingesessen und dann hab ich mal auf die Fenster geschaut und dann hat eine kleine alte Frau gekommen und hab mir dann irgendwo gefragt und ich hab nicht verstanden, ich bin kaum. Und dann machst du dich so, oh, gute Besserung. Okay. Ich hab dir gesagt, danke dir auch. Ja, genau. Oh Mann. Das ist peinlich. Kein Mensch möchte sich ausgegrenzt fühlen. Ich glaube, Gehörlose haben dieses Gefühl aber oft und bilden deswegen untereinander eine so starke Gemeinschaft. Jetzt heißt es wieder Koffer packen, weil Simone Lönner hat ja neulich in Berlin erzählt, dass es einen Seniorenstammtisch gibt dort. Deswegen möchte ich auf jeden Fall nochmal dahin und mir den genau angucken. Und Giuseppe Giurana, der Gebärdensprachpoet, hat sich auch gemeldet. Mit dem hab ich auch eine Verabredung. Also, das wird nochmal eine coole Reise jetzt. Die Tage mit Tom und Kelly haben mir zu denken gegeben. Ich wurde dort so herzlich aufgenommen und fühlte mich nie allein oder ausgeschlossen. Andersrum ist es für Gehörlose, glaube ich, brutal. Sie werden ständig ausgeschlossen. Ich treffe mich mit Holger. Er ist Kind gehörloser Eltern und wird beim Seniorenstammtisch für mich dolmetschen. Die Heimat vieler Gehörloser ist der Verein, erzählt mir Holger. Zweimal im Monat finden diese Treffen statt. Manche gehen ja zu diesem Stammtisch seit zwei, drei Jahren, andere 20 Jahre. Wie wichtig ist das Treffen hier für Sie? Die sind wichtig. Wir haben Unterhaltung, wir hören, wir kriegen hier Dinge mit, was es Neues so gibt. Wir werden über Termine informiert. Es ist wie so eine kleine Familie. Würden Sie sagen, Hörende und Gehörlose leben heute in völlig getrennten Welten? Natürlich gibt es hörende Nachbarn und da hat man so den kleinen Kontakt, aber auch Hörende geben sich wenig Mühe uns Gehörlosen gegenüber. Ich habe früher zum Beispiel hörende Arbeitskollegen gehabt, aber heute als Rentner hat man diesen Kontakt nicht mehr. Ich war schon mal hier vor vier Monaten, war total aufgeregt und wusste, es gibt einen gehörlosen Comedy-Festival, ich habe keine Ahnung von Gebärden, ich wusste überhaupt nicht, wie das wird. Und jetzt fühle ich mich hier schon sehr wohl, weil es irgendwie auch eine Kommunikation viel mit Augen ist und mit Mimik. Man muss gar nicht diese ganzen Gebärden wissen, um sich gut zu verstehen. Was würden Sie sagen? Ich finde, es hat eigentlich was mit Mut zu tun an erster Stelle. Man muss mutig sein, wenn man eine neue Welt kennenlernt. Und man muss offen sein und geduldig. Und dann verschwinden Ängste und Barrieren. Mein T-Shirt sorgt schließlich auch noch für Freude. Humor ist, glaube ich, eh die beste Art der Kommunikation. Kennst du den Giuseppe schon länger? Ja. Also man muss ihn auch kennen als Dolmetscher. Der ist so bekannt in der gehörlosen Szene. Echt? Ja, ja. Ein richtiger Promi, oder wie? Sozusagen. Ah, gemütlich. Das ist meine Wohnung. Schön. Toll. Ja. Was ist denn Gebärdensprachpoesie? Das ist so wie Musik. Wenn zum Beispiel, das ist die Gebärde für Blatt, wenn ein Blatt herunterfallen würde. So kann ich dieses Blatt machen, was sich bewegt, nach unten fällt und auf den Boden aufkommt, ganz sanft. Und vielleicht nochmal weht zur Seite. Und dann gleich der Übergang in eine Seite, wie eine Seite in einem Buch umgeschlagen wird. Also man kann hier wunderbare Übergänge, wie so ein Reih machen. Oder zum Beispiel ein Vogel. Ein Vogel, wenn er dann so fliegt und ich in die Rolle schlüpfe. Und würde ich ihn aus der Ferne machen, dann ist das der Vogel. Oder noch kleiner. Und er ist dann nur noch ganz klein zu sehen, der Vogel. Ich denke, dadurch, dass ich mit der visuellen Wahrnehmung aufgewachsen bin als Gehörloser, habe ich ganz viele Bilder im Kopf, ganz viele Beschreibungen und kann das darstellen in der Form. Hörende sind akustisch ausgerichtet und ich habe quasi die Ohren in den Augen. So kann vielleicht jeder vom anderen etwas schön finden. Das ist aber echt eine traurige Geschichte. Ist es manchmal so, dass du dich fühlst wie so ein Vogel, der irgendwie den Baum immer wieder anstupst, den hörenden Baum und der überhaupt nicht reagiert und mit seinen Ästen einfach ignorant irgendwo rumsteht und dich gar nicht versteht, obwohl du so viel erzählen möchtest? Oh ja, oh ja. Ja. Ein bisschen schon, ja. Schön, dass du das auch so verstanden hast. Ja. Inzwischen haben Kelly und Tom ihr Baby bekommen und mich noch mal eingeladen zu sich. Deswegen mache ich mich jetzt noch mal auf nach Moosburg. Hallo. Wie schön. Hallo. Schön, euch zu sehen. Ja, gut. Und du? Auch alles gut? Hallo. Gratuliere euch, ne? Super gemacht. Da ist er. Aaron Levy. Persönlich. Ja, hallo mein Schatz. Du schläfst. Du schläfst noch eine Runde, ne? Das ist vernünftig. Ja. Wie war die Geburt? Alles klar, aber am Ende kreis ich nicht. Aha. Okay. Und er ist gesund? Alles gut. Alles gut? Bisschen eincremen. Bisschen eincremen? Ja. Den Aaron? Kriegt er immer Creme? Ja. Eincremen. Das ist gut. Aaron ist gerade mal vier Wochen alt. Aber Tom ist gedanklich schon weiter. Noch eine. Sicher, dass du das möchtest, oder möchte er noch eine? Ich bin bereit. Du bist bereit? Ich finde, das ist der Wurste von mir. Aber die ist schon ziemlich groß, oder? Ja. Die ist schon groß. Lecker Malte. Der letzte heißt Malte. Die Frage ist, wann ist der letzte? Das weiß man ja nicht. Boah, kannst du hochschaukeln. Mensch. Wisst ihr eigentlich, ob Aaron etwas hört? Also, er hört was? Ein Geräusch, ja, da hört er auch. Ja. Große. Aha. Und freut ihr euch, oder ist es egal? Egal. 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 In der Familie ist egal. Oma hat. Egal. 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 Stimmt. Egal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020